Die Sterngruppe in Gmunden, seit über 140 Jahren ein prägender Wirtschaftsfaktor weit über die Grenzen des Salzkammergutes hinaus. Der moderne Mobilitäts- und Technologiekonzern ist in fünf Kompetenzfeldern tätig. Verkehr, Schifffahrt, Bau, Elektro- und Gebäudetechnik sowie Betonfertigteile. Die Leitbetriebe geben Antworten auf die aktuellen Themen. Mobilität, technologischer Fortschritt, CO2-Einsparung und Nachhaltigkeit. Die Sterngruppe schreibt, heute wie damals, die Industriegeschichte Oberösterreichs maßgeblich mit und geht positiv mit der verbindenden Botschaft, wir geben dem Leben Qualität in die Zukunft. Zu den Werten der Unternehmensgruppe, Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt und Gleichwertigkeit aller hat sich das gesamte Management verpflichtet. Genauso klar definiert sind die Nachhaltigkeitsziele, denn Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg gehen für die Unternehmen der Sterngruppe Hand in Hand. Genauso klar definiert sind die Nachhaltigkeitsdorf, die eran die Mein steamer, vor allem, die Amerikaner der Sterngruppe Hand in Hand. Anruhe WDR in Hand für die Unternehmen wie diese Veranstaltungen in Hand zur Verfügung steht. Vielen Dank.